Meine lieben Leute, willkommen zurück zu der fünften Folge von Mass Effect Andromeda. Ich habe es da schon ein paar Mal zwischendurch versucht mit Einstellungen rumzuspielen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei mir am Windows liegt oder so, weil Grafikkarten teilweise das Neues etc., aber irgendwie läuft es nicht so hundertprozentig flüssig, also es läuft flüssig, aber Grafik ist teilweise halt manchmal echt komisch und so wie ihr jetzt zum Beispiel da seht, das ist so am Flackern irgendwie und das da unten ist auch am Flackern. Und das da oben ist so ein bisschen am Flackern und am ganz Schlimm ist das da oben. Also ich meine, was soll das denn bitte darstellen? Das und das. Das ist halt irgendwie in der Spiegelung. Ich weiß nicht, ob es woanders aussieht. Ich habe es ja schon ein paar Mal nachgegoogelt. Diese Reflekturen, diese Reflekturen halt hier. Reflektionen meine ich. Reflektionen, what the fuck. Reflektionen. Ich weiß halt nicht, woran das liegt, weil alles andere sieht ja so normal aus. Und hier, ich meine, hier zum Beispiel sieht ja auch vollkommen normal aus. Wie so eine Asiate zwar, aber immer noch normal, sag ich mal. Aber das ist da oben? Naja. So. Wir schauen mal, wer jetzt halt mit der Sabotage hier zu tun hat. Ach, ihr seht euch jetzt, was man hier verschiedene Sachen angelegt. Man muss da gedruckt halten. So. Jetzt geht es geschwind mit der Hochgeschwindigkeitsbahn. Nicht die Durchspannung. Das ist mein Schluck aus meinem Maracuja, Grapefruit, Mango, irgendwas. Dinge hier genommen. So. Wer ist denn da hinten? Okay. Entschuldigung. Ach so, muss ich jetzt... Wow. Wait a second. Damage Control. Okay. 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 Entschuldigung, ich bin okay. Ah, man sieht noch etwas. Da steht noch eine Frau. Oder irgendjemand. Oh, was ist das denn hier? Also ich sage ja hier zum Beispiel ist die, ja. Keine Ahnung, also irgendwas ist mit der Grafik leider, mit den Texturen und mit der Grafik leider noch ein bisschen fail. Also ich weiß nicht, ich habe es auch relativ ultra steht, sogar tatsächlich zum größten Teil. Aber, naja, keine Ahnung. Gucken, was jetzt hier abgeht. Ja, wahrscheinlich ist das... Okay, wo muss ich jetzt hin? Oh, jetzt muss ich wieder hier irgendwo hinfahren, oder? Ja, das war klar. Und da fahren wir wieder irgendwo hin. Ich bin immer nur mit der Bahn unterwegs. Okay. Ja. Ja. Ich weiß nur, dass es Dale Atkins ist. Kannst du lesen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Proof sagt, dass du nicht gut bist. Vigures. Entschuldigung, Liz. Entschuldigung, all die Hypokrates auf dieser Station. Du warst nicht hier, wenn sie unsere Lieblingsbeziehung ausbaut haben. Mutiny? Wir wollten nur Antworten. Meine Freundin ist da. Ich weiß nicht, ob sie ist oder... Entschuldigung, was passiert ist. Aber es ist nicht die Antwort. Ich weiß nicht, was sie in der Exile verabschied haben, weil sie nicht mit der Politik verabschieden haben. Ich weiß nicht, was du denkst. Die Mutiny-Leaders waren recht, um zu wissen, was passiert. Du könnte sie verletzen, sie verletzen. Wie die, die verletzten, als die Krohans die Krohans auf meine Freunde zu verletzen? Ich bin fertig mit dem. Ich verweilere, das war ich. Mach was du. Das ist meine Behandlung. Die Nexus-Leaders machen diese Entscheidung. Ja, ich werde jetzt hier nicht darüber entscheiden, wo der Typ hingeht. Du reached Level 3. So. Kann ich jetzt hier... Hier das Leben niesen. Points... Was war denn das nochmal? Was war das Ding? Backslash... Was war das? Was war das Ding? Das ist cool. Hört sich cool an. Was heißt Assign Power? Achso. Nein, das wollte ich nicht. Was war das da? So. Confirmation. Kann die was Neues? Machen wir hier nochmal ein Punkt. Achso. Das geht nur. Okay. Da war das lieber noch. Nein, im nächsten. Was kann der gerade? Ja komm. Rechalt Speed ist gut. So. So. Save Game. Alles klar. Keine Aufgabe oder was? Kommt wir irgendwo zum General? Missions, Priority Ops. Um. Okay. Muss ich wahrscheinlich jetzt... Da hin gehen. Ja. Und wieder mit der Bahn fahren. Das können wir so gut. Das ist ja schon richtig krass. Bahnfahrer. Da hinten ist irgend so ein krasser Dude. Da 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 da. Wir können uns anfangen zu bauen, eine Bank von Vakzienn. Once wir mehr... Du musst die Pathfinder sein. Wunderschön. Du und dein Sam sind genau das wir brauchen. Danke, Herr... Professor Heerich. Meine Kollegen und ich arbeiten mit dein Sam und die Daten, die du hast, um zu lösen Andromeda's Wissenschaftler. Was fielst du studierst? Heerich ist in der Lebensscience. Ich mache Planeten, Geologie, Oceanografie, Röcke und Ausflug. Aradona ist der Raum in Mathwiz. Nicht, dass wir viel zu studieren haben, mit allen mit 14 Monaten verholt haben. Aber deine Daten auf den Scourge fliehen wie Poetrie. Jetzt können wir besser auf die Verkaufung der Verkaufung haben. Und vielleicht Addison wird uns ein wirkliches Arbeitsplatz geben. Wer kann mit diesem Racket denken? Okay. Ich habe das Wort. Ich habe das Wort. Ich habe das Wort. Wie war das Wort? Hey, Bro. Hier bist du. Ich hoffe, die anderen nicht du dir einen schweren Moment gegeben. Das ist das, was sie tun hat. Das ist das, was sie tun hat. Insofern mit dem Hyperion aufhörten und uns Energie verhältst. Meine Team und ich können mehr Arbeit erholt. Wenn wir den Milkenweg verabschlugen, wurden die Kroganen noch immer mit der Genophage zu beschäftigen. Genau. Die Genophage. Ein kleiner Geschenk für unsere Menschen aus den Salarianen, vor einigen Jahren vor. Das Virus der Sterilität, die sie uns mit infectiert haben, leften die meisten unserer Kinder noch nicht geboren. Nur 1 in 1000 überlebt. Keine Frage, die Menschen haben so ein Problem mit Salarianen. Einige Schmerzen, die sich nicht aufhören. Nicht, dass meine Ancestors es nicht provoquiert haben. Sie haben versucht, die Galaxie zu retten. Die Salarianen wurden verpflichtet zu reagieren. Und es ist nicht fair, das alles auf sie zu retten. Die Salarianen entwickelten das Virus, aber es waren die Turianen, die ihn verpflichtet haben. Ich hoffe, dass das alles in der Vergangenheit ist. Es ist viel zu retten, aber Andromeda geht um neue Beginn. Meine Leute brauchen das mehr als die meisten. Was für die Krogane hier in Andromeda? Es gibt keine Beleidung. Aber mein Klan hat angefangen, um eine Mutation gegen das Virus zu zeigen. Eine natürliche Gefahr. Das ist gut. Während der Reaktion, um hier zu kommen, Krogan hat die Gene-Therapien, um die Mutation zu erhöhen, während wir in Stasis waren. Also, du hast diese 600 Jahre benutzt, um deine Vorteil. Du hast die Adaptation mehr Zeit zu entwickeln. Ja. Es ist noch früh, aber ich glaube, dass wir eine Verkaufung haben. Unsere Wissenschaftler sagen, dass wir die Möglichkeit haben, um 4 Prozent zu verbessern. Das ist viel besser, als was wir hatten. Ja. Nexis Problems. Ja. 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 Auto Puts. Ach so. Alter, wie sieht die aus, ey. Wie so ein Clou geschminkt. Was passiert mit Pathfinder? In der Moment, es hat meine Leben saved. Aber es scheint, mein Vater hat mir gedacht, um die Rolle zu bekommen. Es ist nicht hereditär. Wenn wir einen Monarchie inbreden, könnten wir eine halbe unsere Genestock zurückkommen. Nicht Home. The Milky Way. Das ist Home. Das ... Messe. Wir haben nicht viele Möglichkeiten, Ryder. Vielleicht wird dein Vater wahr sein. Nach 40 Monaten von der Kolonisierung verabschiedet. Entschuldigung, wenn ich nicht mein Blatt habe. Du hast meinen Vater, Alec. Keiner macht das. Viele von uns haben die Initiative genommen, wegen seiner Vision. Was er mit ihm verabschiedet. Warst du Freunde? Oder ... Ich bin deine neue Mutter, wenn du das fragst. Oder seine Freundin. Er liebte, dass ich nicht seine Titel benutze habe. Aber niemand war ein Pathfinder, bis sie einen Pathfinder gefunden haben. Das ist nicht so, wie ein Kolonial Director mit unseren Kolonien. Mhm. Ja. 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 Entschuldigung, Direktor Addison. Ryder? Sie interessiert das einfach gar nicht, wie scheiße. Entschuldigung, Leute. Fuck you. Ich würde es richtig gerne in die Fresse hauen, mit einem Clown zu sich. Guck dir das mal an. Was für ein Affe von der Seite. Boah, das ist richtig böse. Das sieht richtig aus. So. Ich habe erledigt. Ja. Wow. Jetzt gibt es immer neue, wenn ich Q mache. Das ist krass. So. Das ist egal. Was muss ich da machen? Mit irgendeinem sprechen. Prison Guard. Präsent. Ah, okay. Sergeant Baker. Was sind Sie? Pathfinder Ryder. Hier sehen Sie Nylken Rensis. Pathfinder Ryder. Ah. Der Rensis. Sie ist hier immer noch. Sie hat mir gesagt, sie hat eine Sob-Store gesagt. Mjölken, du bist in der Welt. Da ist ein Pathfinder, der will mit dir sprechen. Pathfinder, oder? Sie haben die EOS-Store zu verletzieren. Sie haben sich das erste Zettel und die erste Verletzieren. Ihre Frau ist all verletziert. Sie sagt, Sie haben es nicht gemacht. Sie lieben Sie. Sie ist eine Wunderschön. Keine Person. In diesem Punkt ist zu lang. Sie haben mich verletzt. Warum erzählst du mir was passiert? Ich war Teil des Feuertes für eine Kolonie auf Eos. Wir waren in den letzten Legen. Overrun von Hostels. Unsere Leiter tot. Der Regierungschef, Reynolds. Mein Freund. Er hat mich verletzt. Ich habe mit ihm gesprochen. Jeder hat ihn gesehen. Er hat mich verletzt. Er hat mich verletzt. Es gibt mehr. Er hat uns gegründet und verletzt. Wir sind durch eine Sandstorm. Ich habe ein Bewegung. Ich dachte, es war der Kett. Ich denke, ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt und verletzt. Der Regierungschef sahen. Der Regierungschef sahen. Sieht wie ein Verkauf. Das habe ich ihnen gesagt. Aber ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Es war ein Regierungschef. Es ist schrecklich. Jeder ist sicher, dass ich es für einen Grunde gemacht habe. Sobald wir ihn evakuieren. Nur meine Sprache. Ich habe mich verletzt. Ich habe die Wahrnehmung. Vielleicht etwas nicht mehr. Es wäre schön, dass jemand mit einer Öffnung ist. Du bist ein Pathfinder. Ich bin sicher, dass Kandros dir die Zugang. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Nein, Bruder. Was ist wirklich unabhängig? Es sollte es geben. Nein, es gibt noch keine Ahnung auf der Turian-Arch. Oder ist es das Militia-Business? Ich habe mit Nilken Rensis gesprochen. Der Mann, der in Andromeda gegründet wurde, auf Eos. Ja, unsere erste Gegründung hier in Andromeda. Ich wünsche es uns unser aller. Wenn die Kolonien-Attempfe gegründet haben, es nicht hilft, die Spirits, dass ein High-Ranking-Officer getötet wurde von einer unserer eigenen. Die Mutiny hier auf Nexus war wahrscheinlich nicht inevitable, aber das war eine Sparke. Also, es war eine Sparke, und er wurde verletzt? Es war kurz und entscheidend. Despite die Lache der Physik-Evdienste, alles erinnert sich. Seine Erachtung war, glaube ich, ich habe nicht gesagt, es zu tun. Und du denkst, er ist lieb? Was ist ein lieb zu einem Mörderer? Schau, dich aus. Eine Schläge-Business, Cassidy Shaw, arbeitet in Operations. Gehen Sie mit ihr. Und da gibt es eine Sparke von der Verkaufung, die Verkaufung von der Verkaufung. Ich werde dir das auf den Konsolen. Als ich mich beschäftige, ist, das Verkaufung ist geschlossen. Bye, Kendrius. Die Begründung ist. Bye, Kendrius. Die Nexus vs. Kolonist Nilken, Evident 7A. Hiram! Hiram! Sie sehen das Kompon! Wir brauchen eine Evacuation! Wir sind nicht, Nilken. Wir nehmen ihn zurück. Nein! Ich werde deine Ego nicht getötet werden. Auch wenn ich... Das ist aber blöd. Da gibt es aber echt mehrere Szenarien. Was ist denn, wenn der Typ jetzt angegriffen wurde von so einem Wauwau, die hier manchmal rumlaufen, diese vierbeinigen Viecher da, und er hat auf das Vieh geschossen und hat aber den anderen dabei getroffen. Und er hat halt vorgeschrieben, oh, get him off me! Da wäre keiner dafür gar nichts. Ja, was ist denn? Ach weh, ey. Wie ist der Polizist oder was? Wie sieht du denn aus, ey? Ach, ich scheiße. Ja, wenn seine Brust aufgesprungen wird. Ach, so ist das. Was ist denn das Problem? Ich habe die letzte Seite von Nilken in dem Turmall. Als wir ihn gefunden haben, sah er in Schock. Er konnte nicht sprechen. Er sah aufschraubend. Es könnte sein, dass es die Realität des Aktes sinken. Hm. Habt ihr einen Kett in der Nähe gesehen? Nilken sagte so, aber nicht, dass ich ihn sehen konnte. Aber trotzdem war der Sandstorm sehr schwer. Die Verwichtung war nicht großartig. Hm, aber das ist doch das Problem. Ja, das ist doch scheißegal. Die Frage war aber da. Ach so. Das ist doch schon fast die Ironie. Das ist doch interessant. Ist ja interessant. Das ist doch ein Problem. Das ist doch ein Problem. Das ist doch ein Problem. Ich gehe nach Nylken Rensis. Und? Ich gehe nach Nylken Rensis. Ich gehe nach Eos und gehe nach Chief Reynolds. Das ist nicht immer Pathfinder-Business. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und ich bin in Parcel. Ich habe gedacht, du willst es richtig sein. Das ist doch ein Problem. Aber ich sage, ich habe keine Angelegenheiten. Aber ich habe keine Angelegenheiten. Physical evidence will nur bolster das Problem. Ich hoffe, es wird etwas anderes passiert. Das Fall ist ein politischer Schmerz. Mit all we haben, die Leute brauchen Stabilität. Ich hoffe, dass alles, was du finden, reaffirmen, was ist. Aber wenn es ein anderes Licht schenkt, wir gehen mit. Wir senden die Co-ordinaten zu der Murder Scene. Gut, Glück. Was ich noch? Was ich noch? Nein. Das ist die Verzweiflung. Die Asari, Turian und Salarian Arken sind komplett unbefaltbar. Wenn sie die Probleme haben, die wir hatten, dann schaufe die Schwierigkeiten. Das ist die Frage. Wenn Sie finden, bitte nachdenken. Keine Ahnung. Die Ausgabe der Initiative nicht mehr werden. Die Ausgabe des Ergabtes sind. Das ist die Ausgabe des Ergabtes. Das ist die Ausgabe der Arken. Wir haben auch die Ausgabe. Wir haben die Ausgabe des Ergabtes. Aber bevor die Ausgabe des Ergabtes, in 2185, wir haben die Ausgabe des Ergabtes. Die Ausgabe des Ergabtes sind. Hanar und andere Spezienen auch. Managing all of their biological needs caused complications. We won't see them for some time to come. That's all. Thanks for your time. My pleasure. I see great things in our future. Where is to get another evidence? But where do I have to go? Do I have to go somewhere? Fly somewhere? That's the normal map. Infected? Hmm. Okay. This console reports on the Militia's current Strike Team Missions Pathfinder. Please speak with Tyran Candrus for authorization to participate. Hmm. I don't care. I actually just want to... ... 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